Hallo, so sieht eine Hummelkönigin aus. Im Frühling sind alle Hummeln, die rumfliegen, Königinnen. Und was wir hier jetzt gerade beobachten können, ist eine Hummel, die ihr Nest ausfindig macht. Und sobald ihr was gefunden habt, wird dieses Tier einen Hofstaat gründen, so wie Honigbienen. Mit einem Unterschied, die Hummeln sind einjährig, heißt im Spätjahr zieht das Volk wieder neue Königinnen heran. Und die männlichen Hummeln, die begatten sich noch und dann ist die Königin wieder alleinig, überdauert den Winter. Und im Frühling geht es ja von vorne los, die Königin sucht ein Nest. Schöne Tiere, sehr nützlich.